Ich darf wieder recht herzlich begrüßen zu einer weiteren Elite Arena Folge in Assassin's Creed Origins. Unser Gegner heute heißt die Äxte und würde ihn auch gleich los mit sicheren Schwert. So ernsthaft, was geht da draußen vor. Die Äxte auf Elite. Keine Zeit zu verlieren, die Ringo und Randa. Natürlich will ich nur zuerst die drei Vorrunden und dann den Boss. Das Spektakel geht weiter mit neuen Kämpfern. Noch ein Gladiator fürs Grab. Wie kommt er? Ja, jetzt weiß ich warum ich es hasse. Der barbarische Sivana tötet den Gegner. Ach Gott. Komm. Der Sivana steht noch. Doch da kommen neue Gegner, die das ändern wollen. Der Sivana zeigt keine Gnade. Das Spektakel ist noch nicht vorbei. Begrüßt die neuen Gladiatoren. Das ist sein Ende. Autsch. Ich hab freie Schussbahnen. Dafür schlag ich sie tot. Das ist schon lange. Das ist okay, ne? Ein verheerender Schlag bringt ihn zu Boden. Na, komm. Guter. 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 Und tschüss. Guter. 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 Die erste Runde abklüssen. Das dauert nicht mehr lang. Im Jänner kommt jetzt das neue Titel ab. Das heißt, wir kriegen eine neue Mission. Und neue Ausrüstung gibt es auch noch dazu. Ich hoffe mal, um 16.00 Uhr sollte eigentlich neue Ausrüstung kommen, so wie ich das gewesen habe. Und dann vielleicht auch endlich die neue Mission. Das ist ja auch schon in 5 Tagen. Okay, das geht sich zeitlich sogar aus mit die Prologue. Sollte sich zeitlich mit der Arena ausgehen. Und vielleicht einen Tag später, aber könnte sich ausgehen. So. Kennen wir eigentlich schon. Immer dasselbe. Was? Wo hast du mich? Wo hast du mich gewischt? Wo hast du mich gewischt? Da bist du ja. Oh. Beeindruckend. Was für eine Kraft. Schieß besser nicht daneben, du Made. Okay. Ja. Was? Guck mal. Ah. Na. Wir tauchen einfach wohl nichts. Das war eine ganz schön knappe Sache. Na. Das richtest du besser nicht auf mich. Ich reiß dir die Eingeweide raus! Haha! Miren, kommst du nicht! Da bist du! Sehr schön. Gut, das war jetzt aber schnell. 1,9,20. Das ist noch ein bisschen zu schnellsterer denn da überhaupt. Und jetzt? Gehen wir weiter. Eigentlich beendet. Danke. Hm, anscheinend muss ich wirklich die Prüfung der Götter öfter spielen, wenn ich sie mehr erfahren, das muss ich kriegen. So, weiter zur Runde 3. Angriff! Angriff! Na gut, komm! Na, komm! 1,2,3, rein! 1,2,3, rein! Jetzt genießen wir es. Ja, wenn ich sie bespringt, dann ist es länger. 1,2,3, rein! 1,2,3, rein! 1,2,3, rein! 1,2,3, rein! Okay, das müssen wir jetzt, oder? Wir müssen gehen aber schnell. Warum fällt der jetzt einfach um? 2,3, rein! 2,3, rein! Zu langsam! Ah komm! Es sieht nicht, dass wir da noch irgendwann herum... Da! Oh, drei Höhnen! Wie wenig es sich dann schuld ist, wirst du dann verlaufen! Komm! Wir haben's gleich! 24! Uh, 50 Sekunden schneller ist vorher! Wir werden schneller! Gut, dauert der Vorsitz für jetzt 10 Minuten. Hm! Aha! Und, ab zum Boss! Also, warte, ne? Auch nur 40! Ah ja! Und im neuen Titel-Update kommt Level-Anschliff von 40 auf 45 aus! Genau! Da war ja noch was! Jetzt wieder hochkämpfen! So! Mit was dürfen wir kämpfen? Ich glaube, wir kämpfen jetzt ein normales Schwert. Das ist sicher! Das ist sicher! Das ist sicher Schwert! Prima! Ja! 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 Oh! Ja! Wir müssen uns wiederholfen! Nein. Ja, was macht er? Weißt du, dann redet der. Ich habe jetzt mal auch nicht redet. Ja, und zwar ist mir egal, dass ich... Ja, 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 ich bin nicht redet. Ich komme einfach nicht weg. Es ist so klar, dass er mich nicht redet. Warte, ich bin nicht schon mal so weit weg. Warte, ich habe ein Schild. Ich bin genau mühser Schild. Das ist satt nochmal, oder? Wow. Er hat gerade zugrechnet. Das ist aber jetzt nicht dein Ernst, oder? Auch der Er kann meinen Angriff abblocken. Er kann einfach drauf zuhören. Wir kommen! Nein! Oh! Alter! Regenerier dich schneller! Wo ist er? Denkst du mir? Jetzt hat er nicht mal zugeschlagen? Ja! Ich will jetzt segieren. Ja! Das macht nichts! Oh! Das ist nicht normal! Ich habe auch zwar nicht gegen ihn rennen! Ja, schau, schau! Die kommt! Was soll das? Was? Das ist doch die Wuffrecher! Egal was ich mache, ich tue mir einfach nicht weh. Geh weg! Geh weg! Jetzt habe ich es! Okay, so funktioniert es. Na, so nicht! Au! Und jetzt kann ich mich nicht unterbrechen! Jetzt hofft er wieder nicht weg und... Au! Das ist ein Kram! Das ist halt wirklich ein Kram! Ja, komm! Das ist ein Kram! Das ist ein Kram! Das ist ein Kram! Komm! Aber jetzt! Das ist ein Kram! Ja, ja, ja! Ich komme nicht unterbrechen! Das ist doch ein Spaß, oder? Komm weg! Komm, regenerier dich! Ja! Er dreht dich sofort in die andere Richtung! Das gibt's ja nicht! Ich wech aus und er dreht dich sofort in die Richtung! Ich kann nicht unterbrechen! Ich bin ein Kram! Ich bin ein Kram! Nein! Das ist ein Kram! Ja, ich kann nicht! Weg, weg! Weg, weg! Wenn man jeden anderen schürt, dann ist er nicht bereit. Oh, lass mich weg! Was ist jetzt? Was? Was? Noch einmal, komm! Okay, jetzt haben wir ihn fast. Zu früh! Zu früh! Ah! 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 Aber jetzt! Geht doch! Ah! Ah! Sehr schön! So! Gut! Dann hätten wir die Exe aufgemeistert auf Elite. Und bis zur nächsten Folge. Dafür darf ich euch recht herzlich fürs Zuschauen bedanken. Ich hoffe es hat euch gefallen. Schaltet ihr beim nächsten Mal wieder ein. Ich wünsche euch was. Bis dann. Tschüss, baba.